herzlich willkommen bei 11 stream sport herzlich willkommen in italien wir fahren heute mit unserem african cycling team die ersten etappen des chiro d'italia und das ist die erste grad tour für uns wir sind ja in der fünften saison sind noch kein world tour team haben also eine wildcard bekommen für den chiro d'italia und ich habe richtig bock den zu fahren das ist wenn ich es richtig sehen und das profil auch nicht ganz budapets budapest zweite etappe stimmt nicht okay es ist nicht das profil vom jahr 2022 es ist irgendwas zusammengewürfelt ist wenn ich das richtig sehe wobei hier stimmt es jetzt eigentlich wieder fast ein paar etappen sind von 2022 dabei ein paar aber nicht also das ist ein zusammengewürfelter chiro sieht sehr gut aus und ich freue mich ungemein darauf wirklich ich habe lange gehofft dass wir es in die welt zu schaffen oder zumindest eine wildcard bekommen die letzten zwei jahre hat nicht funktioniert jetzt klappt es endlich wir können endlich am chiro d'italia teilnehmen für mich persönlich eigentlich die geilste groß große landesrundfahrt die geilste grad tour deswegen freue ich mich umso mehr dass die erste grad tour die wir fahren dürfen tatsächlich in italien stattfindet also was machen wir wir müssen uns jetzt erstmal ausdenken mit welchen erfahrern wir starten wollen natürlich müssen die gute form haben aber natürlich müssen die auch entsprechende qualitäten haben wir fangen mit den bergfahrern an als wir sehen schon unsere beiden besten bergfahrer manuel und jemane haben eine fitness von 99 die nehmen auf jeden fall mit kann natürlich sein dass das im laufe der drei wochen ab so nachlässt abnimmt und die dann nur noch 90 haben oder so aber ist uns letztendlich wurscht wichtig ist dass wir jetzt reingehen mit fahren die mir richtig gute form haben also die zwei sind auf jeden fall dabei dann würde ich sagen machen wir weiter mit den sprintern zur canary hat 99 der kommt definitiv mit das ist glaube ich unsere größte chance eine etappensieg einzufahren dann nehmen wir haben so mit als anfahrer und ich würde sagen wir nehmen noch einen mit dass jetzt die frage wen von den dreien wir mitnehmen regenerationstechnisch ist gut schärm am besten auch von der zähigkeit her und auch was die ebene angeht also hätte ich gar nicht gedacht ja gut dann nehmen wir ihn mit das hat er sich auf jeden fall verdient dann schauen wir uns meine ebene an aber da noch eine mitnehmen können gibbons muss definitiv mitkommen der form 91 das könnte noch steigen also da bin ich auf jeden fall zufrieden wenn wir ihn mitnehmen zwei brauchen wir noch wir brauchen auf jeden fall noch starke berg und hügel fahrer jetzt ja zum granat mit 98 kommt auf jeden fall mit dann hätte ich schon noch gerne einen guten berg fahrer da ist die frage nehmen wir mochosa mit oder kudos ja dann nehmen wir kudos mit leute das hat er sich verdient das ist doch ein geiles team oder unser team steht fest so werden wir jetzt rein starten in den chiro d'italia aber das zeitfahren leute ihr wisst es das simulieren wir gleich zu beginnen denn erstens wir haben keinen guten zeitfahrer und zweitens ist das super langweilig sich anzuschauen deswegen simulieren wir das direkt und schauen uns mal an wer in budapest direkt ins rosa trikot fährt ich hätte jetzt auf kann er getippt aber es ist laut von art vor stefan bisecker kann er wird dritter so und wo ist unser team unser bester ist auf platz 97 gefahren das ist so kann also ich habe euch gesagt wir haben überhaupt keine chance und dementsprechend war es auch gut dass wir das simuliert haben aber jetzt gehen wir sofort rein in die zweite etappe des chiro d'italia wir stehen am start der zweiten etappe wir schauen uns noch mal das etappen profil an und sehen das direkt am anfang das berg trikot vergeben wird 21 kilometer vom start weg also da müssen wir dabei sein leute da müssen wir dabei sein die frage ist nur wer könnte das machen ganz vorne steht haben sagt das ist ein sprinter er kann es auf jeden fall nicht machen dann haben wir gibbons das ist auch ein sprinter der tag ist vor minus drei mit dem können wir es auch nicht machen gottscham ist auch ein sprinter jemane wäre der erste der sich hier eventuell das berg trikot holen könnte ich würde sagen wir fahren jetzt mal mit allen erst mal nach vorne denn wir müssen auf jeden fall in die gruppe also das ist ja ganz klar wir haben hier eine ball card erhalten wir versuchen definitiv bei jeder etappe in die gruppe zu kommen und bei jeder etappe irgendwas zu holen hier sehen wir übrigens den weltmeister pedersen jetzt gibt es die erste attacke das ist mazuko welche mannschaft ist das wir werden den chiro ein bisschen ausführlicher uns anschauen das merkt dass ich ja schon ist das geil erfährt im team nutella ist das nicht schön das tricot ist uns gleich mal schöner genauer anschauen das team nutella ist das geil das ist doch mal was sehr schön ja italiener auch wie würde ich mal sagen wildcard bekommen das ist die frage wo sind unsere fahrer können wir da schon mit gene die sind alle noch zu weit hinten haben so muss da jetzt vorne ein bisschen hinterher fahren denn ich möchte natürlich schon dass wir jetzt in der gruppe mitkommen hier links kommt jetzt jemane sehr gut wenn wir das ganze projekt jetzt abbrechen lassen uns ein bisschen zurückfallen und jemane ist jetzt der mann für uns der in die gruppe geht da noch einer attackiert oder ob wir jetzt selbst ja da drüben kommt einer das ist basso mit dem fahrer jetzt mit so und dann schauen wir mal ob wir die chance haben uns das berg trikot zu holen das wäre natürlich ein mega krasser erfolg für uns wenn wir direkt auf der ersten etappe das berg trikot erobern könnten aber ich glaube das peloton ist mit dieser gruppe noch nicht einverstanden würde ich sagen fahren wir mit ammanuel nach vorne der kann dann abwechselnd mit jemane attackieren der herr von nutella ist immer noch vorne so wichtig ist dass wir jetzt vorne uns halten mit beiden fahren dann können wir abwechselnd mit den beiden attackieren jetzt geht die nächste attacke wird sagen das macht noch mal jemand denn den hätte ich schon gerne lieber in der gruppe als ammanuel denn ammanuel ist eigentlich unser captain der vielleicht mit einem auge auf klassement schielt auch wenn ich nicht glaubt dass wir da was erreichen können okay die lassen die leute nicht weg und fahren mit ammanuel nach vorne wäre natürlich jetzt schon bitter wenn die uns nicht in die gruppe lassen also gegen ihn haben sie scheinbar nichts aber scheinbar haben die gegen uns irgendwas uns scheinen sie nicht in die gruppe zu lassen jetzt versuchen was mit ammanuel vielleicht klappt es mit ihm ja aber auch da fährt jumbo wismar komischerweise hinterher die scheinen was gegen unser team zu haben das gibt es doch nicht und kaum haben sie uns eingeholt nehmen sie die beine wieder hoch das finde ich sehr sehr nervig warum sollten die uns nicht in die gruppe lassen wir sind ein wildcard team das völlig ungefährlich ist für jumbo wismar warum lassen die uns nicht wegfahren das ist wirklich seltsam so nächster versuch und wieder fährt jumbo wismar hinterher wo ist das nervig das regt mich jetzt ein bisschen auf die zwei davon haben sie auch weggelassen warum lassen die mich nicht weg das verstehe ich nicht jetzt greife ich mal selbst an jetzt fährt quickstep uns hinterher das ist ärgerlich leute wieso lasst er mich denn ich in die gruppe das ist doch quatsch das ist doch jetzt totaler quatsch also ich hoffe nicht dass ich das jetzt von etappe zu etappe durch zieht weil dann weiß ich nicht was wir hier beim chido machen sollen wenn wir nicht in die gruppe gelassen werden jetzt scheinen sie mit jemanden plötzlich einverstanden zu sein so der kommt jetzt nach vorne zu den beiden wir müssen jetzt kurz stop drücken wir müssen hinten mal alles ein bisschen organisieren denn natürlich wird es hier einen massensprinter am ende geben und wir wollen natürlich schon unsere sprinter beschützen geben es natürlich katastrophale tagesform kudos auch katastrophal die müssen wir eigentlich schon fast beschützen damit er keine zeit verliert aber eigentlich ist uns wurscht wir gehen nur auf den sprint zum granat kümmert sich um hamza und ammanuel bleibt ungeschützt muss sich aber auch um niemanden kümmern ich glaube das ist die richtige einstellung die wir jetzt haben ganz vorne jemand ist ob der muss jetzt erstmal aufschließen zu den beiden ich hoffe mal dass die beiden sich ein bisschen verausgabt haben schon dass wir jetzt vielleicht hier im kampf um die bergpunkte die nase vielleicht vorne haben wir sind der beste bergfahrer muss doch eigentlich funktionieren für jemand das wäre ein mega erfolg der nutella boy ist schon kaputt der nutella boy ist schon kaputt aber wasser noch nicht der ist noch der ist noch hier ein konkurrent also er wird keine punkte holen beziehungsweise uns die den ersten platz nicht streitig machen kann jemand das bergtrikot erobern das wäre schon der erste ganz ganz große erfolg für unsere mannschaft direkt bei der ersten kuratur teilnahme es geht gegen wasser und das sind wir deutlich stärker das problem ist nur dass der besser sprinten kann als wir aber wir sind besser am berg das heißt wir müssen eigentlich jetzt frühzeitig diese geschichte hier eröffnen dann sollte er eigentlich keine chance haben oder oder übersprintet der uns einfach nicht er bricht ein und damit haben wir die bergpunkte gewonnen hier geholt und fahren mit jemanden ins bergtrikot leute ist das geil wir werden ihn also morgen definitiv sehen bergtrikot es gibt zwar noch ein berg der vierten kategorie aber das wird nichts ausreichend um uns abzufangen wir haben jetzt wie viele punkte bekommen neun punkte basso hat vier bekommen also selbst wenn basso jetzt die letzte wertung gewinnt und wir holen keinen punkt werden wir morgen definitiv dieses wunderschöne trikot von uns tauschen in das blaue bergtrikot beim giro d'italia die gruppe wird es wahrscheinlich auch noch schaffen die zweite bergwerte unter sich auszumachen das ist natürlich ganz hervorragend für uns denn da können wir vielleicht unseren vorsprung jetzt sogar noch mal ein bisschen ausbauen 1,6 kilometer noch das problem ist dass es wirklich kein berg das ist ja das ist fast schon ganz kleines hügelchen also da wird was so wahrscheinlich mit seinen sprint fähigkeiten uns das leben gleich schwer machen der sprintet jetzt schon los das wird für uns wahrscheinlich relativ schwierig hier die punkte zu holen wir lassen sie jetzt laufen denn mehr können wir ähnlich machen aber ich fürchte fast ob so bricht ein und der nutella boy bricht auch ein und damit holen wir uns tatsächlich auch die zweite bergwertung und haben jetzt schon sieben punkte auf dem konto wenn ich das richtig sehe zwölf steht jetzt hier ach ja das waren ja neun und drei ja ja richtig neun und drei das heißt wir haben jetzt tatsächlich schon zwölf punkte gesammelt und damit ist auch klar dass jemand wahrscheinlich jetzt zumindest zu beginn unser mann für die bergwertung wird ob der mit bergwert 75 und mit ausdauer zähigkeit 68 und der generation 69 am ende beim giro d'italia tatsächlich um die bergwertung fahren kann das war ich jetzt noch zu bezweifeln aber zumindest trägt er jetzt dann beim nächsten tag das berg trikot und darüber freuen wir uns jetzt bereiten wir uns aber vor auf den massen sprint in den wird es jetzt geben jemane kann sich jetzt noch ein bisschen um ammanuel kümmern im großen und ganzen muss jemane dann aber irgendwann mal schauen dass er zeit rückstand bekommt falls er wirklich aufs berg trikot fährt aber wir wollen uns natürlich so lange wie möglich alles offen halten so wir fahren natürlich für sur canary anfahren für ihn wird ganz schön denn leider ist ja gibbons komplett nicht in form hier heute beziehungsweise hamster fährt natürlich fehlen an der ist noch stärker so ich würde sagen 13 kilometer vor dem ziel können wir den zug langsam aufbauen also das heißt ammanuel hängt sich dran an ne da muss ich gar nicht dran hängt er kann eigentlich vorne mit anziehen zur kanade hängt sich dran an hamster hamster hängt sich dran an gatschem und gatschem hängt sich dran an gibbons ich glaube das schafft gibbons dass er da den sprint einleitet dann hängen wir uns dann zur granat dran an ammanuel dann kudusch und ganz vorne jemane der jetzt noch kurz die lokomotive spielen darf der wirklich schon für den ersten großen erfolg für uns sorgt nämlich dass er das berg trikot trägt und dann schauen wir mal wie lang er es verteidigen kann also wir werden definitiv knallhart versuchen so lange wie möglich mit ihm das trikot zu verteidigen jetzt darf er sich zurückfallen lassen jemane der sollen zeit rückstand kassieren denn dann lässt man ihn natürlich leichter davon fahren auf den nächsten etappen wenn er wieder in die gruppe möchte kann ich euch nur empfehlen wenn ihr wisst dass einer aufs berg trikot fahren soll oder in die gruppen soll dann lasst ihn zeit rückstand kassieren denn dann wird er leichter fahren gelassen als wenn man das nicht getan hätte so die anderen sollen sie erstmal noch kein zeit rückstand kassieren die sollen jetzt erstmal schauen dass sie mit dabei bleiben denn wir wollen uns wirklich alle optionen offen halten so jetzt ist der manuel vorne der soll auf jeden fall keine zeit verlieren deswegen lassen wir ihn relativ kurz nach vorne fahren kann er sich hinten einordnen kudusch hängt sich dann an der manuel dran und jetzt ist zu granat an der drei jetzt verpflegen wir den rest sondern schauen wir mal wie schauen wir aus beim massen sprint zur kanale ist wirklich ein guter mann also ich kann mir schon vorstellen dass der beim ein oder anderen massen spiel vorne rein fährt ob es dann für einen etappen sieg reicht das mag ich jetzt noch nicht zu bezweifeln beziehungsweise das war ich zu bezweifeln das war ich jetzt noch nicht davon zu träumen so gibt es jetzt ganz vorne für das dass er vor ist von minus drei hat macht das echt gut wie ist der wind das ist gegen wenn die das heißt wir fahren jetzt folge also wir sprinten noch nicht so jetzt sprechen wir aber jetzt muss das schirm vorbeiziehen das sieht alles bislang sehr sehr gut aus jetzt zieht ansatz dabei und jetzt zieht so kann die verbreitung haben wir auf jeden fall mit so kann eine gute platzierung würde ich sagen er kämpft um den tag ist die gläufe dass sie nicht zu glauben er wird aber zweiter glaube ich hinter philipsen was für ein auftakt was für ein auftakt für uns zur kanalie wird zweiter wo er hat man fast unsere erste grau-etappe gewonnen unfassbar schaut ihn euch an wie stolz er ist und nein ich spreche nicht von wald von art im rosa trikot und auch nicht von philipsen in dem punkte trikot maglia ciclamino sondern ich spreche von jemane natürlich unser mann im blauen bergtrikot ganz cool mit sonnenbrille sitzt da und freut sich über sein blaues bergtrikot aber er wird nicht lange hier jetzt faul rumsitzen sondern er muss sofort wieder action geben denn die erste bergwertung des tages die kommt schon direkt hier nach 41 km und natürlich wollen wir die chance nutzen mit ihm direkt die nächsten punkte zu holen denn er muss jetzt schauen dass bei den kleinen bergen bei den kleinen hügeln so viele punkte wie möglich ein kassiert denn wenn es ins hochgebirge geht dann wird er mit seinem bergwert von 75 wahrscheinlich nur geringe chancen haben wirklich das bergtrikot zu verteidigen ansonsten was erwartet uns hier jetzt auf der etappe nummer drei die immer noch in ungarn stattfindet natürlich ich würde sagen da erwartet uns ein klarer massensprint dementsprechend wollen wir jetzt schauen dass wir unsere sprinter beschützen wir sehen es dass gibbons schon wieder eine katastrophale tagesform hat das könnte daran liegen dass gibbons einfach insgesamt mit der fitness jetzt schon abnehmen ist der hat 92 prozent ich glaube persönlich dass der eigentlich seinen peak gerade schon hatte und wahrscheinlich deswegen besser nicht hätte nominiert werden sollen aber wir haben ihn nominiert und jetzt müssen wir damit leben so auch damit leben müssen wir dass die gruppe nicht fahren gelassen wird von daik hat da ein problem damit es ist wie der jumbo wismar die uns nicht weglassen schade ich hoffe trotzdem dass wir es in die gruppe schaffen mit jemani es geht die nächste attacke wieder ist es della lunga mit gulixen basso ist wieder dabei natürlich und jemani schauen mal ob sie jetzt einverstanden sind ja alpezin fenix hat damit scheinbar ein problem beziehungsweise alpezin der könig wen könnte man sonst in die gruppe schicken ja eigentlich gutschirm natürlich aber den brauchen wir für den sprint weil ich wäre das einer bei der tagesform die er hat dass der auch in die gruppe gehen könnte aber wir wollen natürlich die bergwertung erstmal holen mit jemani es ist ja klar dass wir das jetzt machen müssen wieder geht gullixen da fahren wir natürlich sofort mit jetzt kommen wir nicht vorbei und wieder ist ein nutella boy am start basso ist wieder mit dabei und wieder fahren sie hinterher also die anscheinend irgendein problem zu haben aber wir ziehen das jetzt durch ich hoffe dass die irgendwann mal klein beigeben scheint nicht der fall zu sein kaum haben sie mich eingeholt hören sie wieder aufzufahren jetzt gehen wir noch mal mit jemani irgendwann wird's hoffentlich klappen jetzt fährt er wieder hinterher also das verstehe ich nicht so ganz das könnt ihr mir gerne mal in den kommentaren erklären warum die mich jetzt nicht weg fahren lassen jetzt hören sie wieder auf kaum haben sie mich eingeholt als wäre ich jetzt ein großes problem für jumbo wismar das verstehe ich nicht lasst doch den armen jemani jetzt weg fahren es gibt doch überhaupt keinen sinn da jetzt hinterher zu fahren jetzt fährt wieder dick wird wieder quick step hinterher quick step und jumbo von undauern hinterher wenn wir attackieren das ist wirklich saublöd jetzt sind wir nicht in der gruppe das können wir so nicht akzeptieren wir müssen unbedingt diese bergpunkte holen so gibbons fährt jetzt nach vorne erhöht jetzt mal das tempo dass die gruppe vorne nicht weg kommt aber das nervt mich was nervt mich sehr an diesem spiel dass ich jetzt aber nicht weggelassen wird als würde der computer sagen nö du darfst jetzt nicht weg fahren einfach so völlig grundlos das würden sie in der realität niemals tun denn die hätten noch kein problem damit wenn jemani sich die paar pünktchen hier holt das würde doch jumbo wismar und quick step überhaupt nicht stören so wir fahren auf jeden fall jetzt mit gibbons das loch zu beziehungsweise schauen dass es nicht größer wird und dann werden wir es noch mal versuchen mit jemani der kann sich jetzt mal eine weile erholen gibbons ist jetzt gleich kaputt rückstand ist gesunken auf 40 sekunden da halten wir den jetzt auch ein bisschen so aber jemani muss halt jetzt irgendwann davon fahren können ich hoffe dass das jetzt schafft gibbons lässt sich zurückfallen jemani fährt nach vorne und attackiert wieder mit basso und wieder mit einem fahrer vom team nutella und wieder lassen sie uns nicht fahren man 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 das ist so frustrierend wir versuchen es noch mal und wieder lassen sie uns nicht fahren so wir haben wir gleich zur gruppe vorne aufgeschlossen vielleicht ändert das dann irgendwas dass sie dann hinten sagen gut jetzt ist es halt die gruppe nach die wir lassen uns nicht wenigstens haben jetzt die gruppe zurückgeholt aber natürlich mit enormem kraftaufwand schauen wir mal wann die nächste gruppe geht aber dann vielleicht mit kommen da geht der nächste von uno x nielsen da waren wir auch sofort mit irgendwann kann jemani nicht mehr dann müssen wir es akzeptieren jetzt scheint es zu gehen aha warum auch immer scheint es jetzt zu funktionieren warum funktioniert jetzt das verstehe ich nicht schreibt das gerne in die kommentare ich würde es gerne wissen jetzt gerne verstehen aber jetzt haben wir natürlich das große problem dass wir natürlich uns komplett verausgabt haben und da vorne ist die bergwertung das ist jetzt nicht ganz gut gelaufen für uns schaffen wir das 800 meter als schaffen wir niemals das durchzuhalten das ist richtig doof gelaufen für uns wir werden dort kein punkt holen oder holmann punkt nee ich glaube nur die ersten drei kriegen oder aus dass mies ja das ist hier der chiro ditalia da kriegt man nichts geschenkt und jetzt sind wir mit jemani in der gruppe aber jetzt gibt es keine bergpunkte mehr also konzentrieren wir uns jetzt glaube ich besser auf den massensprint wie erwartet kommt es zum massensprint und wir bereiten uns gerade vor es läuft eigentlich wieder ganz gut ich habe ein bisschen sorge dass wir hier gleich eingeklemmt werden deswegen würde ich gerne jetzt schon kurdisch nach hinten schicken obwohl er eigentlich noch ein bisschen führen sollte aber ich habe ein bisschen schiss dass zu kanale hier gleich eingeklemmt wird das ist natürlich wieder unser sprinter ja 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 3,7 kilometer noch wir müssen gibbons jetzt schon vor lassen ansonsten glaube ich ist der zug einfach zu lang wir haben hier natürlich wieder jakobsen mit dabei walscheid jord ackermann also unfassbar starkes feld hier demar pedersen dass wir da gerade zweiter geworden sind bei der etappe bei der etappe zuvor ist natürlich mega cool so gibbons 3,1 kilometer noch ich würde sagen gibbons fängt sofort an zu sprinten wenn er kann denn wir werden hier ganz schön eingebaut das war das was ich befürchtet habe da sind die gegnerischen teams richtig gut formiert und jetzt fährt gibbons hier fast schon davon gotchem muss jetzt gas geben wird dann wieder eingeklemmt der sprint läuft deutlich komplizierter als der davor trotzdem haben wir eigentlich eine ganz gute position für zur kanalie der sprint jetzt an der linken seite vorbei aber er wird nicht mehr viele leute überholen gotchem würde ich sagen kann jetzt mal ein bisschen langsamer machen haben sei es heute unser bester man ja das hat nicht funktioniert obwohl der zug eigentlich gut aufgebaut war aber wir sind einfach nicht mit der konkurrenz mitgekommen am ende wird haben sie zehnter und zur kanalie wird 15 schade 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 platz zwei haben wir nicht wiederholen können aber schaut euch mal an der nächste stuart kröne wegen jakobsen petersen dem ackermann unfassbar die vierte etappe des tiro die tale wird die letzte bei dieser aufnahme sein und wir kämpfen mit jemane erneut und natürlich um das bergdeko das er schon auf seinen schultern trägt zwei kilometer sind es noch bis zur bergwertung wir sind in einer dreiköpfigen spitzengruppe mit einem italiener und einem ja nicht einem money gasten sondern einem einem franzosen hier vorne noch monaco ist der italiener so und jetzt geht es gleich um die bergpunkte wir fahren nach vorne die attackieren jetzt schon ja 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 bin jetzt mal gespannt ob wir eine chance haben eigentlich müssten wir eine chance haben jetzt versuche ich vorbeizuziehen mit jemane komm schon wurde die punkte wurde die volle punktzahl jemane kommt schon kommt schon ein ja ja jeder so knapp es könnte gereicht haben oder hat das gereicht für die volle punktzahl ich bin mir nicht sicher könnte auch sein dass der franzose vorne geblieben ist schauen wir uns mal an nein jemane hat gewonnen yes weitere neun punkte für jemane das sieht jetzt schon sehr sehr gut aus mozuko der nutella boy holt sich noch platz vier er kämpft also auch ums berg trikot gegen basso hat er gewonnen also das scheinen jetzt die leute zu sein die in den ersten tagen hier ums blaue trikot kämpfen aber jemane hat das schon einen schönen vorsprung muss ich sagen und das sieht gut aus schauen wir mal ob die nächste bergwertung sich auch gleich holt auch die zweite bergwertung würden wir natürlich gerne gewinnen das wären weitere neun punkte es wird im laufe der rundfahrt auch noch berge geben wo es direkt auf einen schlag 40 punkte zum beispiel gibt also von daher sind das jetzt wirklich nur ganz ganz kleine brot krümelchen die wir uns hier holen aber unterm strich sind das auch die einzigen berge die wir gewinnen können denn die ganz großen berge im hochgebirge da haben wir keine chance hier holen wir uns locker die nächsten neun punkte also das läuft richtig richtig gut hier für jemane der wird auf jeden fall das trikot jetzt eine weile behalten können schauen wir mal ob wieder was so gegen mazuko jawohl da geht es wieder um platz 4 jemane jetzt schon bei 30 punkten mazuko als bester verfolger bei 8 also wenn nur noch kleine hügelchen kommen würden dann hätten wir mit jemane gute chancen aber wie gesagt wenn es ins hochgebirge geht dann wird es noch mal richtig eng ansonsten was ist zu erwarten bei dieser etappe hier ja es ist kein massensprint definitiv nicht ich würde sagen das ist was für pancha ein fahrer wie alaphilippe könnte hier gewinnen aber ich glaube der steht hier gar nicht am start also ich bin gespannt wir haben auf jeden fall mit zum grana manuel und gibbons eventuell drei fahrer die hier auf ein gutes tagesergebnis schielen dürfen was ist drin für uns auf dieser etappe jetzt geht gleich hoch ich bin ein bisschen nervös denn ich weiß nicht wirklich wie dir diese diese finish jetzt verlaufen wird ich bretter auf jeden fall jetzt mal mit dem zug voll kann er rein ganz hinten haben wir zur kanadie falls es schafft durchzuhalten dann kann er im sprint vielleicht sogar gewinnen ansonsten gibbons oder ammanuel unsere keppens kudos brettert jetzt voll rein 1,7 kilometer nur noch zum granat sieht richtig stark aus vielleicht kann der das sogar durchziehen werden wir jetzt gleich sehen der ist gerade vorne ne der wird es nicht durchziehen können gibbons auch nicht ne 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 jemane überraschend der stärkste jetzt sogar noch von uns ne da geht leider gar nichts wir sprinten das wird eine sache für von art werden wenn ich mir nicht täusche aber da kommt bernal noch schau kommt den kenne ich gar nicht ja aber wir sind gut dabei leute also ganz ehrlich wir halten uns da gut jetzt kommt noch einer von bora schachmann möchte gewinnen oh ja schachmann vielleicht noch nie es wird bernal machen bernal gewinnt aber wir fahren hier mit zwei drei leuten auf jeden fall in die ersten 10 15 positionen das hat gut geklappt aber es wird keine zeitabstände geben dementsprechend keinen besonderen gewinn für uns wir blicken auf die gesamtwertung nach vier etappen wir sehen baut von art wird immer noch vor lukas plapp und irgendwann alle jetzt gerade ein paar zeit bonus sekunden bekommen hat wo sind wir ja aufgrund des zeitfonds natürlich ganz weit hinten so kanali hat wegen der zeitbonifikation auf der ersten etappe natürlich ein paar plätze gut gemacht ammanuel ist auf die 31 vor gibbons auf die 32 zum granal auf die 42 also wir haben uns schon ein bisschen verbessert aber ja das highlight war natürlich ganz klar die bergwertung in der heutigen ausgabe jemani hat 30 punkte bernal hat jetzt 18 also hat durch diese zielankunft alleine 18 punkte bekommen und ist damit jetzt unser ärgster verfolger also klar jangfristig werden wir mit jemani hier nicht gewinnen können aber immerhin stehen wir finde ich doch ganz gut da in der sprintwertung sind wir auf platz drei mit zur kanairi wer weiß was da möglich ist eigentlich ist wald von art wohl kaum zu schlagen aber wir werden sehen der ist aktuell auch bloß auf platz 11 in der nachwuchswertung sind wir mit zum granal auf der 6 und in der teamwertung auf der 13 aber wie gesagt wir werden nicht in allen wertungen vorne mit mischen können in der nächsten ausgabe wird richtig spannend dann geht es natürlich weiter beim giro d'italia und dann geht es ins hochgebirge drückt mir und dem african cycling team weiterhin die daumen und schaltet wieder ein wenn es heißt leben stream sport ihr äh 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 ä Vielen Dank.